So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, das GO-Fest ist da. Der erste Tag ist sozusagen überstanden, wenn man es so nennen möchte. Es gab natürlich wieder mal ein paar Probleme, aber bei einem Fest dieser Größe, bei so vielen Spielern gibt es immer mal Serverprobleme, wir wissen Bescheid. Damals vor Ort war es schon so, jetzt selbst von zu Hause aus ist das so. Die Leute drehen durch, selbst wenn sie neuneinhalb von zehn Stunden spielen können und eine halbe Stunde mal ein paar verlängerte Ladezeiten haben oder mal fünf Minuten nicht ins Spiel kommen, drehen die Leute durch, wollen gleich komplett das Geld zurück, verklagen der Yendik bis auf den letzten Cent. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen war ich eigentlich recht zufrieden und trotzdem gehypt und es hat Spaß gemacht und es war richtig genial und ich bin gespannt, was morgen noch auf uns zukommt beziehungsweise heute, es ist ja schon Sonntag, es ist jetzt 3 Uhr, wo ich dieses Video aufnehme. Wir gucken mal wieder kurz auf die pokefans.net-Seite. Die haben ihren Artikel nämlich vervollständigt beziehungsweise aktualisiert und ich habe auch schon gesehen, in Facebook, in diversen Gruppen ist die Unmut groß über den Sonntag. Viele sagen, dass der Samstag schon nicht so berauschend war und der Sonntag wird ein totaler Reinfall. Jetzt weiß ich nicht, ob die Leute ein Ticket haben und das immer so von außen betrachten und dann total crazy unterwegs sind und alles tot haten, ob sie ein Ticket haben, aber noch nicht wissen, was mit dem Ticket wirklich alles möglich ist. Wir spoilern heute, was ich ja eigentlich ungern mache, spoilern heute trotzdem mal, um euch zu zeigen, lasst euch darauf ein. Wer das jetzt nicht sehen möchte, wissen möchte, der guckt bitte nicht weiter. Aber gestern, ihr wisst ja, gestern gab es hier diese großen Ankündigungen mit Rothorn aus der Fotobomb. Ich hoffe, ihr habt eure Fotobomb gemacht. Dann Victini, von dem man ja am Samstag nichts gesehen hat, weil das ist Teil für Sonntag. Für die Spezialforschung am Sonntag. Es war bekannt, dass es zwei Spezialforschungen geben wird. Dann wurden neue Shinies eingeführt, konntet ihr alle bekommen. Was ich sehr schade fand, dass Furnifras, Fermicula und Icognito nur aus dem Rauch erhältlich waren. Äh, die sind so nicht wild gespawnt, nur mit Rauch. Alle anderen hier, äh, konntet ihr auch so bekommen. Die saßen so an jeder Ecke. Deswegen war es wirklich schwer, Furnifras, Fermicula, Icognito zu bekommen. Dann hattet ihr verschiedene, diverse Raid-Bosse. Ihr konntet auch hier die kostümierten Pokémon bekommen. In den jeweiligen Habitaten waren die da mit dabei. Event-Eier hattet ihr. Ich habe, glaube ich, kein einziges Event-Ei gebrütet. Dann hattet ihr besondere Sticker. Die Habitate haben durchgewechselt. Jeder konnte sein persönliches Lieblingshabitat bestimmen. Das fand ich cool. Ich habe mir, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Habitate für den Sonntag auch bleiben. Jetzt ahne ich aber Schlimmes, ne. Denn, wir gucken mal auf Sonntag. Die Spezialforschung hier, willkommen, ist eigentlich abgeschlossen. Müsste jeder durchgegangen haben hier, was es da für Belohnungen gab. Ist hier nochmal aufgelistet so. Das ist hier einfach ein Batzen gewesen. Es gab Glurak, Turdok, Bisaflor, Kaumalad, Relaxo. Sehr cool. Deswegen hieß es auch, dass das eine Mini-Forschung ist. Habe ich auch Video rausgehauen. Habe ich eben veröffentlicht. In der XXL-Edition sozusagen geht 38 Minuten, wie ich 5 Stunden rumgewühlt habe und mich durch die Spezialforschung gekämpft. Und die restlichen 5 Stunden dann ohne Kamera. Ich hatte einfach keinen Akku mehr. Habe dann nochmal alles gegeben. Gerade auf Shiny-Suche und so. Da wird es auch noch am Ende ein Auswertungsvideo geben mit der ganzen Ausbeute. Trotzdem, das machen wir mal zu. Gehen wieder hier hin. Weil hier steht jetzt. Spezialforschung Sonntag. Das mysteriöse Pokémon Victini wird erhältlich sein. In der Spezialforschung Schnurstracks zum Sieg. Dafür gibt es einen extra Artikel. Das ignorieren wir einfach mal. Und sehen jetzt hier eine Rocket-Invasion. An jedem Pokestop erscheinen Rocket-Rüpel. Okay. Besiegt man eine Rüpel. Eine. Erscheint bereits nach 15 Minuten ein weitere. Weiterer. Eine. Rüpel. Weiterer. Einer. Ein Rüpel. Das ist auf jeden Fall heftiges Deutsch. Die Stärke der Rocket-Rüpel ist reduziert. Sprich, eigentlich waren die bisher jetzt nicht so stark. Sind jetzt also noch schwächer. Damit eben viele Leute, die wirklich machen können, draufhauen können, sonst was. Ähm, so Rocket-Invasionen fand ich ja eigentlich immer ganz interessant. Ich fand es, ich fand so die Rocket-Stops nicht so interessant. Die habe ich komplett vernachlässigt. Habe auch die 1000 noch nicht voll. Aber bei Rocket-Invasionen war ich am Start. Wenn das immer so ein 3-Stunden-Event war, habe ich durchgezogen, geguckt, wie viel schaffe ich. Jetzt bekommt ihr an jedem Stopp wieder einen Rüpel. Nach 15 Minuten ist am selben Stopp wieder Rüpel. Also, wenn man da 10 Stunden lang komplett durch die Gegend rüpelt, wo soll das hinführen? Dann schafft ihr an einem Tag die Goldmedaille von 0 auf 1000 oder so. Also, richtig brutal. Die Ladeattacke, Frustration von Krypto-Pokémon lässt sich per Lade-TM oder Top-Lade-TM verlernen. Früher hat man die Rüpel besiegt, die Krypto-Pokémon mitgenommen. Und sobald das relativ gute IV hatte, hat man das erlöst, um einen 100er draus zu machen. Heute wissen wir für die GoBet-League, die Leute wollen Krypto-Pokémon. 96er-Krypto-Pokémon. Die werden nicht mehr erlöst zu einem 100er. Die werden so genommen, wie sie sind mit dem Krypto-Bonus. Werden hochgezüchtet. Und es stört nur noch die Attacke, Frustration, die ihr in den diversen Rocket-Invasionen aber verlernen konntet. Und morgen eben auch. Wer also in der GoBet-League aktiv ist, wer da ein paar gute Krypto-Pokémon schon hat, nutzt die Gelegenheit, verlernt die Attacke. Mir fällt jetzt nichts ein. Außer bei meinem 96er-Krypto-Lava-Doss. Das wollte ich aber eigentlich zu einem 100er machen. Irgendwann mal, wenn ich ein zweites bekommen würde. Was vielleicht morgen dann soweit ist. Jetzt habt ihr erstmal wirklich nur Sachen zu den Rocket-Invasionen, wo ihr denkt, Sonntag ist eine Rocket-Invasion. Das ist alles. Jetzt guckt euch aber mal die Rocket-Vorstände an. Die Vorstände kämpfen mit besonderen Teams. Die grau hinterlegten Pokémon lassen sich nach dem Kampf fangen. Cliff hat Pinsia, Despotar und Arctos. Die Leute sind schon an die Decke gegangen. Vor lauter Freude. Die haben gesagt, was, die Rocket-Bosse kommen? Die Rocket-Bosse haben die legendären Vögel dabei. Als Krypto-Pokémon nochmal. Man hat nochmal die Chance auf legendäre Krypto-Vögel. Sind ausgerastet. Es gab Leute im Chat, die haben auch gesagt, jetzt, wo ich das gehört habe mit den Vögeln, steht für mich klar, ich hole mir das Ticket. Jetzt seht ihr hier, die kämpfen zwar mit den Vögeln, es steht aber da, die grau hinterlegten lassen sich fangen. Cliff kämpft mit Pinsia, Despotar, Arctos. Und hinterlässt nach dem Kampf ein Pinsia. Nicht das Arctos. Sierra kämpft mit Tarnel, Hundemond, Zapdos. Und hinterlässt Tarnel, nicht das Zapdos. Und Arlo kämpft mit Flunkiefer, Xerox, Lavados. Wo ist eigentlich... Achso, da steht Lavados, aber das Bild vom Zapdos. Ich wollte sagen, wo ist eigentlich Lavados hin? Hier ist zweimal Zapdos. Richtig gute Sache, sehe ich jetzt. Äh, kämpft mit Lavados, getarnt als Zapdos, hinterlässt aber Flunkos, also Flunkiefer. Tarnel, Flunkiefer, Pinsia, gab es ja schon mal. Waren dann weg, sind jetzt auf diese Weise wieder erhältlich, sind zurück. Eigentlich ist das eine gute Sache. Mir ist nämlich aufgefallen in meinem Cryptodex, mir fehlt noch ein Crypto Tarnel. Das heißt, ich brauche mal von Sierra noch so ein Tarnel. Äh, was mir für die Familie zur Vollständigkeit fehlt. Ich habe damals, wie gesagt, nicht viel gemacht. Ist mir einst drüchte Lappen gegangen. Jetzt werden die Leute sagen, Betrug, Beschiss. Es hieß Krypto, äh, Vögel, Legendäre. Jetzt habe ich mir das Ticket umsonst gekauft. Aber wartet noch, wir sind nicht bei Flutty, aber trotzdem wartet noch, Giovanni, der kämpft nämlich mit Snowbillycut, Sandama und Mewtwo. Und was bekommt ihr? Snowbillycut. Das ist so genial. Und selbst aus dem Crypto-Ballon steht das nochmal irgendwo. Irgendwie stand von, ähm, 0 Uhr bis 10 Uhr bekommt ihr von den Rocketrübeln beziehungsweise dem Ballon Crypto Suikun, wenn ihr Giovanni besiegt. Von 10 Uhr bis 20 Uhr, also solange wie das Go-Fest läuft, bekommt ihr aber statt Suikun Snowbillycut. Und dann von 20 Uhr wieder bis 0 Uhr Mitternacht gibt es wieder Krypto Suikun aus dem Ballon und so weiter. Jeder würde doch jetzt eigentlich, äh, Suikun nehmen und wählen, oder? Weil das legendär ist. Das ist krass. Das will man haben. Aber während des Go-Festes bekommt ihr Snowbillycut. Braucht man Snowbillycut? Gab es nicht damals schon Kryptomauzi, was ihr entwickeln konntet? Das Krypto-Snowbillycut ist also nicht neu, ist irgendwie, ich verstehe es nicht. Warum? Warum Snowbillycut? Ja, es ist halt seine Katze und so, aber kein Mewtwo auf den ersten Blick. Dann lenkt das Ganze etwas ab, denn wir kommen zu Raids. Woo! Die Raids sind da. Heute gab es ja, also am Samstag gab es, also gestern, gestern gab es überraschenderweise Groudon und Kyokre in den Raids. Da haben sich viele Leute gefreut, die die noch gar nicht haben oder noch ein paar Gutes suchen oder noch einen Shiny suchen. Einer hat auch sein, ich weiß gerade nicht, wer es war, einer hat seinen Pokédex-Eintrag mit dem Shiny gemacht. Auch richtig fette Sache. Die Leute haben ewig gesagt, wann kommt Dialga, wann kommt Palkia, Bäm! Jetzt ist es soweit. Am Sonntag wechseln wieder die Raid-Bosse. Diesmal habt ihr Dialga, Palkia und Giratina, sogar beide Formen in den Raids, wobei die Wandelform, also das mit den Elefantenfüßen, Shiny sein kann. Die Urform, die fliegende Made, nicht Shiny sein kann. Palkia, Dialga, wohl auch nicht Shiny, zumindest steht hier nichts da. Gut, bei Giratina mit den Füßen steht auch nichts da, aber das gibt es ja schon als Shiny, das wissen wir ja. Und die sind alle vier auf jeden Fall interessant, die sind stark, die sind gut, die fliegende Made ist eigentlich besser als die stehende, übergewichtige Made mit den Elefantenfüßen, aber die ist auch gut für die Go Battle League irgendwo. Da werde ich schon sehen, die Leute drehen wieder durch, laden sich gegenseitig eigen und finden kein Ende, aber nutzt das ruhig. Gönnt euch das, ladet euch da eigen, Niantic verdient sich wieder eine goldene Nase durch die ganzen Fanrate-Pässe, die da rausgeklopft werden. Diese Nachricht lenkt auf jeden Fall schon mal hier oben von diesem Missgeschick ab und von dem als Zapdos verkleideten Lavados. So, und dann steht aber noch da, neue Krypto-Pokémon. Mewtwo! Was ihr bekämpfen könnt, aber nicht fangen könnt. So sieht's aus. So nehmen es die Leute im Internet wahr, drehen durch. Aber es steht ja auch dabei, im Rahmen der Spezialforschung ist Krypto-Mewtwo erstmals erhältlich. Und da bildet sich auch der große Unterschied zwischen den Leuten, die ein Ticket haben und den Leuten, die kein Ticket haben. Denn ich finde, man hat am Samstag gar keinen großen Unterschied gemerkt zwischen den Leuten mit Ticket und ohne Ticket. Denn auch die, äh, die Starter mit den Visieren sind auch für die Leute gespawnt ohne Ticket. Äh, die Habitate waren da für die Leute ohne Ticket. Die Raids waren da für die Leute ohne Ticket. Man hat sich so, man kam sich so vor wie, warum hab ich jetzt ein Ticket gekauft? Aber die Spezialforschung gab's nur für die Leute mit Ticket. Gut, die Spezialforschung war jetzt nicht so krass, aber die erhöhte Scheinirate gab's hoffentlich auch nur für die Leute mit Ticket. Ich weiß nicht, ich glaub, aus dem Rauch haben Leute ohne Ticket Ikognito aus dem Rauch bekommen? Ich hoffe nicht. Also nicht, ich will niemanden was Böses, aber ich will ja, dass trotzdem ein Unterschied da ist, ob man sich das Ticket holt oder nicht. Und das kann nicht nur darin liegen, dass man dann eine Medaille im Profil hat, die man sich gekauft hat. Jetzt aber sehe ich hier den Unterschied, denn die Leute ohne Ticket, die keine Spezialforschung haben, die haben morgen theoretisch eine Rocket-Invasion, eine richtig krasse, wo alle 15 Minuten darüber wieder neu kommt und die Leute mit Ticket haben eine richtige Spezialforschung zu den Kryptos, wo sie die Möglichkeit haben, Arctos, Zapdos, Lavados und Mewtwo als Krypto-Version zu fangen, zu bekommen, plus Victini. Und das ist eigentlich das richtig krasse und geniale für morgen. Das seht ihr nämlich, wenn ihr die Spezialforschung euch genauer anguckt. Jetzt bitte wegschauen. Ich habe aus Versehen draufgedrückt, ich wollte nicht, denn hier steht es nochmal dabei, was hier passiert. Die Belohnungen gucken wir uns nicht so genau an. Wir scrollen mal durch. Es gibt drei, vier, fünf, sechs verschiedene Stufen bei dieser Spezialforschung. Das zieht sich also ein Stück. Im letzten gibt es dann Victini, wie man es so kennt von den Go-Festen, wenn über ein neues mystisches, mysteriöses Pokémon eingeführt wird. Und ganz kurz hier noch zu zeigen, Begegnung mit Krypto-Mewtwo, wenn ihr den Team-Go-Rocket-Boss besiegt und hier auch bei den kleinen Bossen Cliff Sierra Alu Begegnung mit Krypto-Arctos, Zapdos, Lavados. Also ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, so wie es ausschaut, in der Spezialforschung nochmal alle drei Vögel zu bekommen plus Krypto-Mewtwo in der Spezialforschung mit Ticket. Aber die Leute mit Ticket, die die Forschung noch nicht kennen und gelesen haben, morgen gibt es Nobilikat und dann gibt es Rocket-Invasion, die fühlen sich jetzt schon verarscht und betrogen. Wartet einfach ab. Das volle Potenzial seht ihr sowieso erst morgen und die Leute ohne Ticket, die können dann ruhig heulend in der Ecke sitzen und sagen, oh mein Gott, warum habe ich mir kein Ticket geholt? Warum habe ich mir lieber drei Packungen Zigaretten gegönnt beziehungsweise so ein riesen Big Pack für 18 Euro statt ein Obwohl, kauft euch Pfeffi. So. Was mich jetzt aber verwirrt an der ganzen Sache, es ist nochmal hier für Sonntag dieser Abschnitt da, wilde Pokémon. Folgende Pokémon treten wild auf. Es handelt sich um einige Pokémon von Samstag mit ein paar Ergänzungen. Manche der gelisteten Pokémon erscheinen nur durch Rauch. Sprich, es gibt am Sonntag also keine Habitade? Keine stündlichen Wechsel? Es gibt gar nichts? Die Habitade fallen wohl komplett weg? Wer sich also bis jetzt gefreut hat, die Habitade und das auszuleben, der hat das wohl nur am Samstag gekonnt. Denn hier wilde Pokémon, die erscheinen. Ich denke mal, die, die bisher nur durch Rauch erschienen sind, werden dann weiterhin auch nur durch Rauch erscheinen. Was mir da auffällt, ist zum Beispiel, ich glaube, Togetic kam nur durch Rauch. Ikognido kam nur durch Rauch. Beim Relaxo weiß ich es gerade gar nicht. Ich glaube, der ist so dick, der passt gar nicht in den Rauch rein. Auf jeden Fall, Furnifras kam nur durch Rauch, Vermicula kam nur durch Rauch, das ist also mies, aber gut, wenn die sowieso durch Rauch kommen und ihr den ganzen Tag zehn Stunden den Rauch anhabt, dann solltet ihr auf ein paar Vermicula, Furnifras und die Cognito noch treffen. Der Rest sollte wohl wild so ein bisschen in der Gegend rumsitzen. Wahrscheinlich fallen die Habitate komplett weg und insgesamt sind die Pokémon reduziert, dass ihr nicht mehr zehn Millionen verschiedene habt, sondern halt nur noch dieses Bündel. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es sieht zumindest danach aus. Ich meine gut, es sind immer noch coole Pokémon dabei, ihr habt immer noch euer Schanera, ihr habt euer Shiny Tangela dabei, ihr habt Relaxo dabei, ihr habt trotzdem den neuen Shiny Baldorfisch, der Rest ist ja Mist, ihr habt ja die zwei Kontinentalen hier so mitnehmen können, ihr habt Kaumala dabei, ihr habt Flecknoil neu als Shiny dabei, ihr habt auch Lichtel als starkes Pokémon dabei, also eigentlich die guten Pokémon aus den Habitaten sind geblieben, die Starter sind halt alle weg aus den späteren Regionen, dafür sind die drei normalen Kandustarter dabei, sicherlich wieder mit Visier, wir sind aber gespannt, sonst steht glaube ich nichts weiter da, freut ihr euch auf morgen, habt ihr Bock auf morgen, oder lasst ihr euch schon von dem Hate im Netz gerade treiben und sagt, Samstag war okay, aber Sonntag, das ist ja gar nichts, ich habe so viele Nachrichten heute gelesen in Facebook, wo drin stand, das ist eine Frechheit, sie wollen das Geld fürs Ticket zurück oder das kann doch wohl nur ein Scherz sein, aber BisaFanTV hat auch in der einen Gruppe drunter geschrieben, das ist doch nur zusätzlich zu dem der Event ist doch nur zusätzlich zu den Ticketsachen, also das mit der Invasion ist zusätzlich und ihr wisst, wenn ihr das Ticket habt, ihr habt eure normale Spezialforschung, könnt ihr euer Zeug machen, das mit der Invasion ist zusätzlich, versteht mal das Wort Zusatz und dann meldet euch wieder, so, ach du Scheiße, jetzt bin ich schon fast bei 20 Minuten, wir wollen mal hier den Adolf, den Wal weg, wir tun das hier auch mal weg, dann seht ihr hier noch ein paar Bildchen, jetzt tun wir uns auch noch weg, bin ich denn schon wieder, bin hier auf der falschen Dings, so, tschüss, nein, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus, ihr seht, was morgen noch auf euch zukommt, so eine kleine Talkrunde, vielleicht wacht ihr ja frühs auf, esst ein Croissant, trinkt ein Sekt Frühstück im Bett und guckt euch noch das Video an, ein bisschen gemütlich, so zum Einstimmen, Samstag war richtig heftig, war richtig genial, ich bin gespannt, aber wie es aussieht, eben keine Habitate, trotzdem weiterhin mit Rauch auf der Suche nach den kontinentalen Shinies, nach Recognito Shinies, nutzt das, macht den ganzen Tag Rauch an und geht ab, dreht durch und das war es von meiner Seite aus, glaube ich, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und gönnt euch Shiny Kryptos, was, gönnt euch Krypto Mewtwo, meine ich, gönnt euch Shiny Kryptos, genau, nein, gönnt euch Shiny, macht Palkia Raids und Dialga Raids, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses